Guten Abend, ich freue mich wirklich sehr, heute mal hier in München zu stehen. Ich habe den Newsletter abonniert und bin immer wirklich von den Socken, wenn der ankommt und ich sehe das Programm und denke, es ist so weit weg. Also ist es jetzt weit weg oder nicht? Für einen Tag ist es auf jeden Fall definitiv zu weit. Aber ich bin wirklich beeindruckt von der Arbeit, von der typografischen Gesellschaft und freue mich sehr, hier zu sein, weil ich denke auch, dass mich und auch Monitors auch die Arbeit mit den Schriften wirklich immer verbunden haben. Wir haben seit 1994, seit unserer Gründung auch immer viel mit Schriften zu tun gehabt, selber auch ein kleines Schriftenlabel betrieben. Und ja, das ist so, die Schriften sind oft so ein bisschen der rote Faden auch in unserer Arbeit. Heute geht es, ich sehe jetzt übrigens nicht meine Notizen, wo sind sie? Es wäre ganz gut, wenn ich hier noch den Moderationsbildschirm hätte, muss ich mich nicht so umdrehen. Das Thema Umbruch mit Aussicht. Da habe ich im ersten Moment gedacht, Wertgemeinschaft, was habe ich damit zu tun? Es ist aber so ein bisschen auch meine Art, erst mal sich so ein bisschen zurückziehen und schauen, was habe ich da eigentlich mit zu tun? Das musste ich erst mal realisieren und dann habe ich festgestellt, ganz viel habe ich damit zu tun und unsere Arbeit ist sehr verwoben mit dem Gedanken auch vom Netzwerk und nicht zuletzt sind Monitors mit der Gründung 1994 auch so in das Entstehen der digitalen Kultur wirklich so reingekommen und mit dem auch so gewachsen. Und deshalb möchte ich heute vielleicht auch weniger einen Ausblick bieten und vielleicht auch mehr so zurückgucken, was haben wir in den Jahren gemacht, was hat sich auch verändert dann in unserer Arbeit und so aus der Bewegung heraus kann man vielleicht eher sehen, in welche Richtung das dann geht. Ja, so grundsätzlich möchte ich heute so 50-50 machen. Im ersten Teil soll es um das Thema Gemeinschaft gehen im Hinblick auf Stadt, weil Stadt ein Ort der Gemeinschaft ist, wo sich Gemeinschaft manifestiert und möchte auch einen Blick werfen auf die Systeme, vor allem auch Leitsysteme in der Stadt, also mich durch die Stadt bewegen und dann hin zum Flughafen bewegen und auch ein Großteil meines Vortrags wird darum gehen, wie wir an dem Leitsystem für den Flughafen gearbeitet haben und wie wir das entwickelt haben in den letzten Jahren. So 50-50. Ja, ich bin, wie gesagt, eine von drei Partnerinnen bei Monitors. Monitors ist circa zwölf Leute groß, nicht nur Frauen, auch Männer. Das werden wir wirklich öfter gefragt, aber gut. Und unsere Schwerpunkte sind Corporate Design und Informationsdesign. Und wir haben uns in den letzten Jahren eigentlich immer weiter in den Raum bewegt und Projekte zur Orientierung im Raum gemacht. Und das Spannende daran ist eigentlich, dass die Projekte häufig so einen längeren Zeitraum haben und in die Zukunft geplant sind und dass es auch für uns eine interdisziplinäre Arbeit ist, mit den Architekten zu planen. Und das hat uns eigentlich auch fasziniert. Das hier ist 2009 auf der Baustelle zum Flughafen Berlin-Brandenburg. Und ja, jetzt im April vor, im letzten Jahr schwebten wir noch auf allen Wolken und dachten, oh, jetzt wird es bald eröffnen. Und wir haben wirklich so einen kleinen Endspurt hingelegt. Und dann traf uns auch die Meldung, dass er nicht eröffnet, wie so ein Schlag. Und wir waren erstmal so ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Und jetzt ist es so, dass wir einfach noch Dinge zu Ende führen konnten oder weiterführen konnten, die auch für die Zeit nach der Eröffnung geplant waren. Und auch wenn es noch keinen neuen Termin gibt, sind wir zuversichtlich, dass das irgendwann passieren wird. Und wir üben uns in Geduld derweil. Diese Wolke hier, ich habe mich übrigens gefragt, wie das mit dem Licht ist, ob man es gut erkennt, den Screen. Diese Wolke, die hing jetzt in unserem Hof 2001. Und zwar haben wir da eine Einweihungsparty gemacht, im Hof in der Ackerstraße Berlin-Mitte und haben diese Wolke noch nichts ahnend, die Cloud noch nicht ahnend, bespielt mit einer Bildersuchmaschine. Also unsere Gäste konnten an einem Rechner Themen eingeben und dazu wurden dann automatisch Bilder gesucht und an diese Wolke projiziert. Und das mag jetzt auch, da steht 99, ich glaube es war aber eher 2000, sozusagen schon die Vorboten von Google. Das ist auch in unserem Hof. Das ist jetzt im letzten Jahr gewesen. Also schon ziemlich grün geworden, der Hof, gewachsen. Und da schauen auch einige unserer Mitarbeiter aus dem Fenster und schauen auf das Straßenschild vom Flughafengelände und überprüfen die Lesbarkeit und die Entfernung. Ja, das Thema Gemeinschaft. Das ist also meine Gemeinschaft, in der ich jetzt schon sehr viele Jahre, schon fast 20 Jahre arbeite. Und wir machen einmal im Jahr einen Betriebsausflug, Monitor und da schaffen wir es ins Grüne und ja, da erleben wir unsere Gemeinschaft auch mal anders. Also wir sind eine Gemeinschaft, eine Arbeitsgemeinschaft, eine Gesellschaft, aber wir schaffen auch visuelle Systeme für Gesellschaften. Also wir bilden diese ab im Corporate Design oder wir konzipieren Leitsysteme, in denen sich die Menschen bewegen, die auch ein Stück weit das Leben vielleicht regeln. Und die Stadt ist der Ort der Gemeinschaft. Also die Stadt ist der Ort, wo sich Kultur stark verändert, entwickelt, wo sich die Gemeinschaft, die Öffentlichkeit wiederfindet. Und die Stadt hat viele Gesichter, also in der Stadt manifestiert sich Politik, Geschichte und Kultur und Kommunikation. und Plätze sind eines der wichtigsten Orte in der Stadt, wo sich, hier sieht man den Alexanderplatz, wo, der ist immer noch einer der meistbesuchtesten Plätze in Berlin, die gehören einfach als Kommunikation dazu. Ja, manche sagen auch, dass die Stadt eigentlich im Ursprung das erste Medium war, weil erst da wurde es notwendig auch zu kommunizieren. Und in der Stadt treffen wir auch oft ganz viel Geschichte, Geschichte der Gesellschaft, über die wir uns definieren. Hier sind es jetzt Gebäude, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so geschichtsträchtig sind. Und gerade das finde ich eigentlich auch interessant. Also hier ist der Alexanderplatz wieder, den haben wir eben gesehen, jetzt schauen wir so ein bisschen weiter rüber. ein Peter-Behrens-Gebäude aus den 20er Jahren, dann hier ein Gebäude, das heißt Haus des Lehrers, das in der DDR entstanden ist, nach dem Krieg, also so ein Nachkriegsbau, mit einem der größten Kunstwerke Europas, das die Geschichte der, das die Gesellschaft der DDR zeigt. Und hier das erst 2007 errichtete Alexa, ein Einkaufszentrum, das eben, ja, das finde ich interessant, dass in der Stadt halt so viel Geschichte und verschiedene Kulturen zusammenkommen. Man muss sie halt nur entdecken und lesen. Also bei uns fällt es leicht, bei dem Brandenburger Tor, aber bei den anderen Gebäuden macht es eigentlich fast noch mehr Spaß, auch genau hinzugucken. Außer den Plätzen sind in den letzten Jahren auch die Verkehrsknotenpunkte wichtige Orte für Gemeinschaft geworden. Also mir ging das jetzt, wenn man darauf achtet, immer mehr so, dass ich eigentlich an Bahnhöfen und Flughäfen trifft man Leute viel öfter, weil die wahrscheinlich da warten und verweilen und weil das so Kreuzungspunkte sind, die jeder ständig durchläuft, trifft man dort auch viele Leute, so zufällig. Und für viele, also der Herr Auger meinte, Bahnhöfe, Flughäfen, Einkaufszentren sind eigentlich nicht Orte, weil sie nur eine Funktion haben, aber ich denke, das verändert sich gerade. Also diese Verkehrsknotenpunkte sind als Orte der Gemeinschaft immer wichtiger. Und hier nochmal der Bahnhof Zoo, als wichtiger Ort in West-Berlin und hier der Flughafen, nicht der BER-Flughafen, weil das Miniatur-Wunderland in Berlin ist da noch nicht auf dem neuesten Stand. Also da steht der Potsdamer Platz noch nicht und der Bahnhof Zoo ist noch der wichtigste Bahnhof in Berlin. Da hinkt sozusagen die Wunderwelt noch etwas hinterher. So, als ich dann begann, den Vortrag konkreter vorzubereiten, ja, habe ich nochmal das Programm mir angeguckt und ein bisschen drin geschmökert und dann bin ich auf dieses Zitat gleich auf der ersten Seite gestoßen. Das Göttliche ist heute das Netzwerk. Und dann habe ich festgestellt, dass das aus einem Buch stammt, das wir 2000, nee, 2000, nicht, 1995 gestaltet haben, nämlich Telepolis. Telepolis ist ein Symposium und eine Ausstellung gewesen zum Thema Vernetzung und digitale Kultur in der Stadt. Und 1995 haben wir das Erscheinungsbild für Telepolis gemacht und das fand ich einfach auch ein schönes Zusammentreffen. Ja, da war die Sache wieder so rund für mich und ich habe mich gefreut und dachte, ja, stimmt, ich habe ja ganz viel damit zu tun. Ja, das war das Erscheinungsbild. Ich kann hier nochmal eine Doppelseite aus dem Programm zeigen. Also wir haben hier auch mit Piktogrammen gearbeitet, auch als multikulturelle und globale Sprache, Zeichensprache, die eben ohne Worte auskommt. Das hier ist die Straße, das Sinnbild für damals sagte man Datenautobahn, das sagt man heute irgendwie nicht mehr. und hier zum Beispiel die Gates, das sind die Schnittstellen zum Einstieg in die virtuelle Welt. Und so gab es sechs Piktogramme, die verschiedene Themenbereiche abgedeckt haben. Ja, City, Stadt. So, jetzt mache ich einen kleinen Sprung. Jetzt sind wir 2006 und unsere Stadt ist immer noch grün. Die Stadt ist anscheinend grün für uns. Ich habe gesehen, die Münchner Verkehrsbetriebe sind auch so grün. Ja, das ist ein Projekt, was wir zum Design My 2006 entwickelt haben. Design My ist ein Vorläufer des DMY. Sozusagen eine alternative Designmesse. Und wir haben das zum Anlass genommen, uns auch neben den Projekten noch mit den Themen zu befassen, die uns interessieren, nämlich Stadt und Grafik in der Stadt und wie orientiere ich mich in der Stadt. Das Ganze fand in einer Messehalle statt. Es war ein Webprojekt, deshalb haben wir diesen Tisch hier gebaut, auf dem dann die Website projiziert wurde an die Wand. Aber die konnte auch von außen natürlich erreichbar sein. Aber es war sozusagen unser Standort. Ja, und ich zeige das nochmal anhand der Screens etwas genauer. Das war, wie gesagt, 2006, 2005 kam Google, aber ich glaube, die hatten noch keine Bilder. Also wären wir fast Google geworden. Jetzt scheint das schon so selbstverständlich, aber damals waren halt Karten im Web noch nicht so selbstverständlich. So, also uns ging es darum, das ist Berlin, Berlin ohne Straßen und ohne Anhaltspunkte, wo man sich genau befindet. Und jeder Punkt oder jeder Pixel hierfür steht für ein Bild. Das ist jetzt hier die Ackerstraße, die jemand kurzfristig in Gackerstraße umbenannt hat. Das ist da, wo unser Büro ist. Und man konnte also dann mit der Maus über die Straßen fahren und sozusagen poppten die Bilder auf von Grafik in der Stadt. Und so konnte man sehen, ah, das kenne ich, das habe ich schon mal gesehen, nein, das habe ich noch nicht wahrgenommen. Und auch so ein bisschen sensibilisieren dafür, was eigentlich alles an Grafik in der Stadt hängt und sichtbar ist. Und das ist sehr viel. Wir haben auch die Möglichkeit geboten, verschiedene Filter einzublenden oder die Stadt nur unter dem Aspekt Typografie zu durchlaufen. Hier zum Beispiel ein schönes Fundstück oder anderes Thema war auch Kunst im öffentlichen Raum. Und ja, uns ging es darum, die Karten, die eigentlich im Kopf entstehen, hervorzurufen und da zu fragen, wie sehen die aus? Also an was kann ich mich jetzt wirklich erinnern? Weil oft sind es doch gar nicht unbedingt die Straßennamen, sondern sind markante Gebäude oder auch eben markante grafische Dinge. Und als analoges Gegenstück haben wir den Berlin-Blanko-Block drucken lassen. Und es war sozusagen so ein Abreißblock und wir haben die Besucher aufgefordert, doch ihre Wege zum Design-Mai einzuzeichnen. Das heißt, manche orientieren sich hier, U-Gleis-Dreieck, Möckernbrücke, Domäne, was ein Laden ist, also stark an den öffentlichen Verkehrsmitteln und so können sie ihren Weg rekonstruieren. Und manche gehen da auch mehr von ihren Erlebnissen aus oder gehen das erzählerischer an, spielerischer bis wir. Und ja, das sind die Karten im Kopf, die Mental-Maps. Nach der Beschäftigung mit der Stadt haben wir uns dann im darauffolgenden Jahr auch zu dem Design-Mai mit dem virtuellen Raum und dem realen Raum beschäftigt. Und zwar haben wir in unserem Büro eine Installation gemacht, in dem wir diesen erstmal leeren Raum projiziert haben und jeder Besucher konnte sich dann ein Muster aussuchen und mit dem Muster diesen Raum betreten. Und mit jedem Besucher kam auch ein Stück Information in den Raum. Ich kann das hier mal so etwas zeigen, also ein Besucher und der sieht halt hier die Kaffeemaschine. Und ein weiterer Besucher kommt rein und der bekommt diesen Punkt. Und uns ging es darum, wie auch die Menschen in dem Raum mit ihren Erwartungen und ihrem Wissen diesen Raum füllen. Und das Ganze war sozusagen als Experiment gedacht, um den Raum, den virtuellen Raum, ja auch mal ernst zu nehmen in gewisser Weise. Auch heute noch ist die Stadt eigentlich so das Zentrum des Geschehens und da, wo am meisten passiert, wo sich am meisten entwickelt und entwickelt hat. Und das ist jetzt 2013. Das mag jetzt etwas verwirrend sein. Nein, ich habe mich da nicht rausgetraut, es war wieder so kalt. Ich habe einfach mein iPhone aus dem Fenster gehalten. Also heute ist es eigentlich ganz normal, dass die reale Welt überlagert wird mit Informationen, die man sich einblendet, die zur Orientierung dienen. Also heute ist ein Stück weit das, was 1995 noch so weit weg klang, der virtuelle Raum und ist einfach schon so in den Alltag eingezogen. Und das ist jetzt eine App, die ich auch öfter benutze. Das ist die Fahrinfo-App, die informiert über BVG, also die Berliner Verkehrsbetriebe, Abfahrten, Bahnhöfe. Und das ist eine hier rechts, noch eine relativ neue App, die heißt Movil, unter anderem von Daimler entwickelt. Und die habe ich jetzt mal so verglichen. Das ist also der fast gleiche Blick aus dem Fenster, etwas weiter versetzt und dann habe ich festgestellt, okay, also hier ist der Rosenthaler Platz, da sehe ich, es gibt U-Bahn, die Metro-Tram und den Bus und hier gibt es Bus, U-Bahn und Tram, also die gleichen Verkehrsmittel, aber sie haben eine andere Darstellung. Und dann dachte ich, wieso ist jetzt dieses Bus-Piktogramm plötzlich nicht mehr rund, wie ich das jetzt immer gewohnt war, sondern sechseckig und dann habe ich festgestellt, aha, das kommt wahrscheinlich aus Stuttgart, denn für Stuttgart wurde es ursprünglich entwickelt. Und sozusagen das System wurde einfach übergestülpt über Berlin und da gehen natürlich so ein paar ein bisschen Wissen verloren, sage ich mal. Und was ich auch interessant fand, ist, dass das sozusagen zwei andere Radien sind. Also hier habe ich nur so circa 300 Meter Radius und hier kann ich bis zum Hackischen Markt gehen, das ist ein Kilometer ungefähr, also einen ganz anderen Radius und hier wiederum werden mir noch andere Möglichkeiten, wie ich mich durch die Stadt bewegen kann, angeboten, nämlich mit dem Taxi. Hier sieht man auch mal das Leitsystem der Berliner Verkehrsbetriebe und als ich 90 nach Berlin gekommen bin, nach meinem Studium, habe ich bei Metadesign gearbeitet und hatte die Gelegenheit auch, daran mitzuarbeiten. 90, Berlin, Wiedervereinigung und die zwei Verkehrsbetriebe Ost und West mussten jetzt gemeinschaftlich zusammengeführt werden und haben eben ein neues System bekommen. Und da war eben dieses Piktogramm für Busse wieder lila. So, das ist im Berliner Hauptbahnhof und ich finde jetzt interessant daran zu sehen, dass es der gleiche Standort nur in einem anderen System dargestellt. Also ich bin hier im Leitsystem Verkehrsbetriebe und oben bin ich im Bahnleitsystem. Das heißt, ich habe die gleiche Information im Prinzip zur Verfügung, aber ich sehe hier, BVG hat einen anderen Fokus. Die sagen mir noch, wo das Museum ist, die Bahn, der ist es egal. Oder ich habe hier genauere Infos, oben steht eine U-Bahn und unten wird mir gesagt, aha, U55. Und zwar muss man sich, wenn man ein System gestaltet, sehr genau darüber im Klaren sein, wo das anfängt und wo das aufhört. Und ja, man muss eigentlich, gerade bei Schildern wird oft so, fragen sich auch die Leute, was ist da jetzt dran? Oder die empfinden das als selbstverständlich, aber man muss halt genau überlegen, was will ich damit erreichen? Das war, ja, nochmal auf 1990 zurückzukommen, ein Modell vom Berliner Alexanderplatz, das ich bauen durfte als Berufsanfänger. Und ja, da war eben das Spannende daran, Alexanderplatz, dort verliefen zwei U-Bahn-Linien, die eine West und die eine Ost und jetzt wurde dieser Bahnhof sozusagen geöffnet und musste komplett umgestaltet werden und somit wurde das zum Pilotprojekt für das neue Berliner Leitsystem. Also auch ein Leitsystem zeugt davon, von einer Gemeinschaft. Und jetzt hat mich einfach auch interessiert, wie sah das jetzt nochmal genau früher aus? und dann habe ich dieses Foto hier bekommen von einem befreundeten Fotografen und habe dann gedacht, jetzt muss ich aber wirklich nochmal exakt an die Stelle gehen und gucken, was hat sich da eigentlich zu heute verändert. Und das ist sozusagen 1990 und das ist jetzt 2013. Dann dachte ich erstmal, oh, so viel hat sich da jetzt auch nicht getan. Aber dann sieht man halt doch klar, hier war die U8 noch gar kein Thema, weil Ost und West waren getrennt und hier sind natürlich beide U-Bahnen wichtig und beide Linien und deshalb hat das Schild auch einen anderen Horizont bekommen und sollte für die Wegweisung nach unten und geradeaus funktionieren. Dann habe ich noch eine andere Stelle gefunden, auch wir sind jetzt immer noch im U-Bahnhof Alexanderplatz und da sieht es heute so aus und da dachte ich, wow, die immer komplexer werdende Gesellschaft hat sich ja hier doch in Luft aufgelöst und ist sehr simpel geworden. Aber jetzt muss ich zugeben, ich habe jetzt etwas gemogelt, weil wenn man den Standort dann, also wenn man den exakt einhält, dann sieht man wirklich kein Schild, aber wenn man etwas zurückgeht, sieht man schon eben die Unterschiede im System. Also hier wieder die U-Bahn und dieses Element ist damals komplett neu dazugekommen, also ein Überblick über die Linie und die Station, das gab es vorher in der Form noch gar nicht. Ja, von der Norm abweichen, das passiert auch immer wieder und vor allem dann, wenn man sich auch abheben will und ich denke, das ist kein Zufall, dass es hier am U-Bahnhof Bundestag eben plötzlich ein rundes U geworden ist, also was mich im ersten Moment überrascht hat, das hatte ich vorher noch nie gesehen, aber ich denke, da wollte sich jemand auch irgendwo abheben oder absetzen von dem System und herausheben aus der Gemeinschaft. Ja, kommen wir zurück zu unserer App oder zu den beiden Apps. Also diese Ansicht der Stadt, diese normale Kartenansicht ist einfach die gewohnteste und man findet sich am schnellsten zurecht, also Augmented Reality mit Kameramodus hin und her, hier finde ich mich eigentlich doch am allerbesten zurecht, weil es auch die Ansicht ist, die abstrakt ist, aber die auch am gewohntesten ist. Und diese beiden Systeme verwenden die gleichen Karten von Apple und eine andere App, die ich auch benutze für einen Carsharing-Service unumgänglich, weil man muss ja die Autos auch wirklich finden, die legt zumindest einen grünen Layer drüber. Also die schafft mehr Identität, die Karten sind komplett austauschbar, manchmal geht es einem ja auch so, man schaut und weiß gar nicht, in welchem Programm bin ich jetzt eigentlich, also diese Standardisierung bringt ja auch den Nachteil der Austauschbarkeit und weniger Identität und weniger Orientierung auch. Und ich fand, das war eigentlich ein gutes, gut gelöst, hier mit Farbe auch zu sagen, ich bin jetzt hier und trotzdem geht es nicht auf Kosten der Funktionalität. So eine neue, eine andere abstrakte Darstellung der Stadt scheint sich für mich auch durchzusetzen und das ist diese Balkendarstellung für die Verbindungen. Und wenn man sich hier die beiden Apps anguckt, die gehen also ziemlich gleich damit um, ziemlich ähnlich damit um. Hier links wieder die Berliner Verkehrsbetriebe, natürlich nur Angebote aus ihrem Sortiment sozusagen und hier habe ich noch den Carsharing-Dienst oder Taxi, also die weitere Range sozusagen und ich würde die Behauptung aufstellen, dass eben diese Programme und Systeme auch ein Stück weit beeinflussen, wie ich mich durch eine Stadt bewege, weil es ist alles eine Frage der Kommunikation. Im letzten Herbst haben wir in Hangzhou in China an der deutschen, deutsch-chinesischen Akademie unterrichtet und da war jetzt ein Student, ein Masterstudent, der hat eine ähnliche App für Shanghai gestaltet und also wir mussten etwas schmunzeln, weil der war vorher in Berlin gewesen, das gehört zu dem Austauschprogramm dazu und uns schien es auch so, dass so ein Stück Design da exportiert wird, was ja auch toll ist, was irgendwie gut ist, aber was natürlich auch dazu führt, dass der Geschmack homogenisiert wird und einfach weltweit rührt man einmal um und ja, es wird internationaler, globaler, aber auch vielleicht dann austauschbarer. Also letztendlich haben wir, die Menschen blenden schon lange in die reale Welt abstrakte Informationen ein in Form von Text und Sprache. Das hier ist das Pantheon in Rom und da steht, ich lese es jetzt mal ab, weil ich kann mir das immer nicht so gut merken, erbaut von Markus Agrippa, dem Sohn des Lucius und dreimaligen Konsul. Also kommuniziert wird auch Macht und Identität in der gebauten Welt. Es wird einfach dran geschrieben und anno 1698 haben die Eheleute Anton, Roland, Maria, Christina, Plistica Gott vertraut und dieses Haus gebaut. Also hier werden Informationen nicht für wenige Sekunden nur eingeblendet, sondern die stehen Jahrhunderte an dem Haus und schaffen so, manifestieren auch so die Geschichte und die Identität dieser Erbauer und der Eheleute. Und in der Moderne wurde das Bewusstsein für die Notwendigkeit von Orientierung dann größer. Die Beschriftung des Hauses ist auch zu einer Marke geradezu geworden, das ist in Dessau, dieses Bild hier habe ich in Weimar gemacht. Das ist, ja, Bauhaus heißt es oft auch, dass es so die Pioniere auch im Hinblick auf Leitsystemen in öffentlichen Gebäuden waren. Und was ich hier auffällig finde, ist, dass sie das eben sehr stark integriert haben in die Farbgestaltung. Also es wird nicht ein Schild hingehängt, hier geht es zum Sekretariat, sondern die Beschriftung des Gebäudes war auch Bestandteil der Farbgestaltung und wird hier so stark gestalterisch einfach aufgegriffen. So 20er Jahre, jetzt auch so um den Dreh, so ein bisschen eher zehn Jahre früher, werden die ersten internationalen Verkehrszeichen entwickelt. und das waren eigentlich Gefahrenzeichen, also Hinweise auf gefährliche Situationen und der Verkehr ist stärker geworden, es gab viele neue Bahnlinien, Autoverkehr und da war das halt notwendig und da war auch der Wille da, sowas international, auch auf Russisch, zu verabreden. Man sagt, dass Systeme gut sind, wenn sie intuitiv funktionieren und intuitiv heißt ja oft, denkt man oft, ist wie natürlich oder angeboren geradezu, aber in Wirklichkeit sind es auch gelernte Systeme, gelernte Systeme wie die Verkehrszeichen, die wir halt von, wir können uns ja die Straßen ohne diese Zeichen gar nicht mehr vorstellen, aber sie sind nicht unbedingt die absolut logischen Systeme, also die runde Form sagt erstmal nichts, nur die Farbe ist entscheidend, was dieses Zeichen bedeutet, also in dem linken Fall ist es ein Gehboot und in dem rechten Fall eben ein Fährboot und diese Situation die ist dann schon eben etwas kurios, also da haben wir jetzt die komplexe Umwelt, glaube ich, weil also in Kombination jetzt von Form und Farbe und Motiv ist es jetzt komplett verwirrend und in dem Fall wäre es sicher besser gewesen, vielleicht nur das Gehboot dran zu schreiben und dann hätte man eindeutig auch gleich das richtige Loch getroffen. Ja, also Systeme bestimmen unseren Alltag und sie regeln nicht nur den Verkehr, sondern sie regeln auch, wie wir als Gemeinschaft zusammenleben. Planetensystem vielleicht mal außen vor gelassen, aber Regierungssystem, Schriftsystem, sie beeinflussen stark, wie wir denken und deshalb kommen wir vielleicht auch auf die Macht der Gestalter, die eben auch diese Systeme gestalten. Also Systeme werden konzipiert und erdacht und gestaltet und das muss man sich alles sehr gut überlegen. Das ist mein Schreibtisch circa, oh jetzt komme ich wirklich ins, ist jetzt kein echter Screenshot von mir, den habe ich gefunden, aber ich kenne ihn noch so, den Schreibtisch. 90er, Anfang 90er und so sieht er heute aus und dann denkt man wieder, naja, so viel ist dann jetzt auch nicht passiert. Es gibt noch den Rechner und ja und gerade bei dem Desktop, der so in Fleisch und Blut übergegangen ist, wird einem halt gar nicht mehr bewusst, ja, wie sehr der Alltag auch durch Systeme geprägt ist. Was ist das eigentlich, ein System? Ein System ist ein Gebilde, das Zusammengestellte, das Verbundene. Gut. Mich hat eigentlich mehr begeistert diese Definition, die stammt von Kant, ohne dass ich mich jetzt da aus dem Fenster lehne und mich da absolut mit beschäftigt habe, aber ich fand, mir hat das eigentlich besser gefallen, das Zitat. Ein System ist ein nach Prinzipien geordnetes Ganzes der Erkenntnis, weil der Begriff, also das sagt ja, dass ein System auch auf Erkenntnissen beruht oder Erkenntnisse manifestiert und das finde ich ist ein wichtiger Gedanke auch bei der Gestaltung von Systemen. Ja, im nächsten Teil möchte ich eigentlich eher auf die einzelnen Bestandteile von diesem System eingehen und es wird dann um Farbe, um Typografie und um Formensprache gehen und ja, wir bleiben jetzt noch ein bisschen auf den Straßen. Also die Verkehrszeichen wurden verabredet, international, standardisiert. Da sagt keiner, nee, ich will jetzt ein anderes Stoppschild. aber bei der richtungsweisenden Beschilderung sieht es dann schon anders aus. Da will jedes Land auch sagen, naja, die in London fühlen sich eben eher grün und also da beginnt eigentlich so der Abgrenzungsprozess und ich, das hat uns jetzt in der Arbeit auch vor allem beim Flughafen auch immer wieder beschäftigt. Ist man so, wie alle sind oder denkt, dass alle sind, dann ist man austauschbar oder unterscheidet man sich und wird vielleicht nicht so verstanden und ich glaube, da ist, es ist ein wahnsinniges Thema in der Gestaltung, wie standardisiert bin ich und wie weiche ich oder wann kann ich auch davon abweichen, damit ich überhaupt sichtbar bin und also links ist London, das rechts ist Dänemark, das ist wahrscheinlich nicht allen so geläufig, ich fand es interessant, dass die eben auch rote, rot auf weiß Beschilderung haben, wie wir auch im Flughafen haben, das ist Österreich, schon mit der neuen Schrift von Erik Spiekermann, aber Schrift ist ja im Moment noch nicht unser Thema und das ist eben nicht Deutschland, sondern das ist Slowenien und im ersten Moment dachte man natürlich, das ist Deutschland durch die gelbe Farbe. Ja und hier soll man halt gleich merken, dass man am Flughafen ist. Am Flughafen nähert man sich ja, kommt man von der Autobahn, dann fährt man auf das Terminal zu und da gibt es eben ganz klar einen Punkt, wo jetzt klar ist, jetzt bin ich am Flughafen und das ist halt von der Systematik her so ein Hybrid aus Straßenbeschilderung und aus dem System, aus dem Leitsystem vom Terminal, also wir haben hier auch die Farbe Rot, ich gebe zu, sehr dunkel ausgefallen, aber es ist ein Rot und wir haben auch die Schrift und die Piktogramme, dazu möchte ich Rot, Berlin und Brandenburg, Rot und wir haben auch die Schrift, den Corporate Fund vom Berliner Flughafen und die Piktogrammfamilie. Zu der Entwicklung oder Entstehung möchte ich später noch was sagen. Also Layout und Typen sind von der wegweisenden Beschilderung übernommen und sozusagen ein sanfter Übergang in die Flughafenwelt geschaffen. Denn am Flughafen hat man es eigentlich mit vielen Systemen zu tun. Hier die Straßenschilder haben wir schon gesehen, dann fährt man hier sozusagen rein, dann kommt man in die Airport City, ein Begriff, der ich weiß nicht, ob er jetzt Ihnen geläufig ist, ich habe den jetzt so viele Jahre schon gehört, aber letztens hatten wir einen Workshop mit Studenten und die sollten ein Piktogramm für die Airport City gestalten und es hat denen gar nichts gesagt, was es ist. Also es ist einfach der Stadt, Gewerbe, Hotel, alles das, was um einen Flughafen herum als quasi Stadt auch entsteht. Dann Parkhäuser und das Leitsystem im Terminal und das war für uns am Flughafen ein sehr, sehr großes Thema, auch die ganzen Systeme zu koordinieren, weil das sind andere Abteilungen, andere Bereiche und es klingt vielleicht einfach, aber es ist auch wichtig, dass die Zielpunkte, die man dann im Terminal auf den Schildern hat, auch außen weitergeführt werden, dass auch die richtigen Piktogramme verwendet werden, dass die Systematik aufgegriffen wird, abgesehen von der Farbe Rot, die offensichtlich weitergeführt wird, gibt es ganz viele Stellen, wo man halt so ein System dann andocken muss an das Nächste. Also jetzt befinden wir uns in der Airport City. Hier ist unser Standort, das Kartenmaterial haben wir auch entwickelt, das ist ein Plan von einer Außenstelle. Also wir sind jetzt hier am Willy-Brandt-Platz und gucken jetzt gleich, hier kommt nochmal der Plan auf der Steele und gucken jetzt in die Airport City. Aber das ist die Airport City von wie Le Corbusier sie gesehen hat 1920. Also er fand, dass die Schönheit des Flughafens in der Kraft der weiten offenen Fläche lag und wollte den Flughafen aufs Land bauen und eine Stadt drumherum entstehen lassen. Und das ist im Prinzip das, was auch jetzt an vielen Orten eingetreten ist, dass einfach der Stadtnahre Flughafen nicht mehr geht, zu laut, zu gefährlich, kein Platz. Und dass einfach die Flughäfen außerhalb gebaut werden und drumherum neue Städte entstehen. Das ist eigentlich eine sehr alte Vorstellung von Flughafen. Flughafen als Stadt zu begreifen, das zeigt sich jetzt auch hier in diesem Straßenschild. Also jede Stadt hat ja ein eigenes System für ihre Straßen Kennzeichnungen und Schriften Vorgaben und am Berliner Flughafen werden die jetzt so aussehen, also die stehen schon, aber hat ja noch nicht eröffnet, ich weiß. Und sie greifen eben außer der Farbigkeit auch die Formensprache, die wir für das Terminal entwickelt haben, auf, also das können wir nachher noch sehen an dem Eckpanel. Also es wurde ein komplett neuer neues Straßenschild entwickelt und dazu im gleichen System auch die wegweisende Beschilderung zum Terminal, zum Infotower, zum Besucherzentrum, zu den Parkhäusern. So, jetzt der Blick aufs Terminal von der Airport City aus und das, was den Architekten eigentlich von Anfang an auch wichtig war, dem Flughafen eine Identität zu geben, das haben sie so gelöst, indem sie die Architektursprache von Berlin aufgegriffen haben. Also die Architektur in Berlin wird stark geprägt durch die Bauten von Schinkel. Sehr viel seiner wichtigen Gebäude sind in Berlin entstanden und das hier ist das alte Museum, aber auch andere Bauwerke wie das Museum, die Nationalgalerie von Mies van der Ruhe haben haben eben diese Gratlinigkeit, dieses große Dach, diese ja und das ist eingeflossen in das Architekturkonzept vom Flughafen und wurde aufgegriffen und ja soll diesen Flughafen auch verorten. Das Dach und das Raster, was sich durch den ganzen Flughafen zieht, das quadratische Raster, das zieht sich eigentlich runter bis auf die Schilder, also bis auf das feine Grafikraster, wie die Schrift auf den Schildern steht, ist dieses große Raster runterskaliert worden. Diese linearen Strukturen, die finden wir auch in den brandenburgischen Kiefernwäldern und ja, wir haben das abstrakt übersetzt in diese linearen Strukturen, die wir auch funktional nutzen, also durch die unterschiedliche Dichte schaffen wir verschiedene Tonwerte und die nutzen wir, um bestimmte Informationen damit zu kodieren, ohne bunt zu werden, ohne jetzt eine Farbpalette aufzumachen und weil Farbpaletten haben so ein bisschen das Problem, dass sie immer an ihre Grenzen stoßen und wenn dann noch eine neue U-Bahnlinie dazukommt, wie die U55, dann kriegt die halt nur noch so ein beige braun, weil alle Farben schon vergeben sind und in gewisser Weise ist so eine Farbe da offener, also das hat uns auch die Freiheit gegeben mit den einzelnen Elementen offener umzugehen, weil immer klar war, Rot ist schon mal Leitsystem und dann braucht man nicht so viele andere Hinweise darauf, dass das zu einem System gehört. der Begriff der Land- und Luftseite ist ja sehr gängig jetzt für Menschen, die am Flughafen arbeiten, das ist sozusagen Landseite ist immer vor der Sicherheitskontrolle und nach der Sicherheitskontrolle, das heißt vor der Sicherheitskontrolle muss ich noch nicht unterscheiden in verschiedene Gate-Bereiche, ich muss einfach nur sagen Abflug, Abflug ist in dem Fall mit dem Tonwert liniert, kodiert und dann geht es nach der Sicherheitskontrolle über in die einzelnen Gate-Bereiche zur Zeit A, B, C und D und diese linearen Strukturen, die nehmen auch immer wieder Bezug zur Innenarchitektur, also nicht nur außen ist das Gebäude linear, sondern auch innen gibt es ganz viele Einbauten, die halt diese linearen Strukturen aufgreifen. Also wir differenzieren durch diesen Tonwert, das sind die Gate-Bereiche, das sehe ich und das lerne ich in gewisser Weise und zusätzlich habe ich dann die Nummern für die einzelnen Gates unterschieden in der Größe, weil wir das Prinzip der doppelten Differenzierung verfolgt haben, sozusagen nicht immer nur ein Unterschied zwischen den Informationen, sondern immer zwei, Tonwert und Größe oder hier sieht man es im nächsten Bild auch nochmal, Deutsch und Englisch wird auch unterschieden mit Größe und Schriftschnitt und die linearen Strukturen nutzen wir auch, um die Piktogramme abzugrenzen voneinander, also leicht abzugrenzen, weil wir haben uns dafür entschieden, Piktogramme und Schrift in der gleichen Farbigkeit zu machen, weil sie eben zusammen gelesen werden sollen. Also oft ist es ja so, dass Piktogramme dann farbigen Hintergrund haben und dann darauf schwarz sind, da steht dann die Schrift in weiß daneben, also uns war es wichtig, dass man diese Information zusammenliest. Viele Elemente sind auch integriert, wie dieses Eckpanel, heißt es bei uns und auch hier wieder die doppelte Differenzierung zwischen Ziffer und Buchstabe. Ja und zu der Farbe Rot kommt noch ein Dunkelgrau dazu, dass wir für die Informationen in der Sekundärebene benutzen, also Toiletten, Lounge, Einkaufsmöglichkeiten, also die Primärinformation ist immer Rot und die Sekundärinformation dann auf dem dunklen Anthrazit, aber auch mit einem leichten roten Hintergrund. So, jetzt möchte ich nochmal einen kleinen Ausflug machen in die grafische Entwicklung, weil wie gesagt 2005 ging das Projekt für uns los, da haben wir ein erstes Gestaltungshandbuch erstellt und wirklich nur so grobe, ganz grobe Richtlinien waren es eigentlich noch nicht, grobe Ideen formuliert und zum Thema Farbe zum Beispiel das Rot vorgeschlagen, zum Thema Schrift gesagt, es wäre gut einen Corporate Font zu entwickeln und Piktogramme auch eigene Piktogrammfamilie also solche Dinge und so sieht das jetzt mal in der Timeline aus also 2005 und 2010 danach hat sich dann nichts mehr verändert ja also man sieht hier dass wir hier auch bunter und komplexer in gewisser Weise angefangen haben und das sehr stark reduziert haben also es war eine ganz große Diskussion das machen eigentlich die meisten Flughäfen die Farben zum Beispiel der Verkehrsbetriebe in den Originalfarben zu belassen aber wir haben uns dagegen entschieden auch zusammen mit dem Flughafen weil die halt wahnsinnig ablenken also wenn man die hier gesehen hat schaut man überhaupt nicht mehr auf die anderen Informationen in gewisser Weise muss man die Informationen auch dann gleichberechtigt behandeln ja ja also dieses Grau war anfänglich etwas heller ist dann dunkler geworden aber die Idee die sekundäre Ebene zu schaffen war da hier dann auch klar dass die Ausrichtung der Pfeile nach Richtung also nicht in eine Ebene wie hier zu stellen sondern auch durch diese Ausrichtung in die Richtung schon auch intuitiv zu leiten ja so sah das aus in den letzten Jahren in einigen Bereichen verlasst wir auch das Schild und gehen direkt an die Wand das hat zum einen auch Kostengründe so wobei wir uns jetzt nicht so schwer getan haben auch mal groß an die Wand zu gehen wir fanden es eigentlich auch gut und das System der Farbe und der Schrift lässt es auch zu durchaus solche Bereiche dann anders zu behandeln also das ist jetzt ein Bereich der für Low-Cost-Carrier vorgesehen ist und deshalb nicht mit den teureren beleuchteten Schildern ausgestattet werden sollte und hier sieht man nochmal das Thema Linien auch nochmal funktional als Durchlaufschutz umgesetzt oder auch als Schutz hier für die Wand oder als Wandgestaltung Ja also Rot war eine bewusste Entscheidung die für Berlin und Brandenburg stehen sollte oder die die Identität eben manifestieren sollte und in den 70er Jahren war es überhaupt noch kein Thema also da wollte man eigentlich alles gleich machen da wollte man eigentlich die ganze Welt möglichst gleich machen und jeden Flughafen gleich machen und deshalb sehen die Flughäfen die in der Zeit so entstanden sind da sind sehr viele entstanden weil nach dem Boom der durch die besseren schnelleren Jetflugzeuge eben erfolgte da sprossen die Flughäfen nur aus dem Boden und deshalb ist gelb so die Farbe dieser Flughäfen und man weiß eigentlich nicht mehr so recht auf welchen man ist also hier kann man klar jetzt sehen in den letzten Jahren dass auch die Flughäfen die dort entstanden sind jetzt umschwenken also links das ist jetzt Wien vor ein paar Jahren oder vor ich weiß nicht wann das Foto gemacht ist vielleicht vor zehn Jahren aber es war eben bis letzten Sommer noch gelb und jetzt sieht es so aus Wien hat einen Neubau also einen Flughafen erweitert aber sie haben auch die alten Bereiche komplett umbestückt mit dem neuen System und das setzt jetzt gar nicht so sehr auf Standardisierung sondern viel stärker auf ein eine starke Marke Flughafen denn die Flughäfen stehen auch in einem hohen Konkurrenzdruck und wie andere Marken auch müssen sich viel stärker auch profilieren und in Erscheinung treten international ist das Thema grün etwas schwierig also wir haben ja eben gesehen hier war auch noch Tegel dabei für die Service Information wird da im Moment noch grün benutzt aber grün ist eigentlich jetzt in Europa vor allem also eigentlich international steht es für Rettungswege und deshalb scheint es natürlich auch für viele andere Informationen aus wobei uns dieses Beispiel jetzt auch überrascht hat da wird in Japan zum Beispiel Abflug und Ankunft mit grün kodiert und ja aber ansonsten ist grün jetzt vorbehalten für die Beschilderung der Rettungswege für also Wien und Berlin sehen nicht umsonst auch so ähnlich aus denn das ist eigentlich wurde in den ich glaube das war 68 69 wurde wirklich dieses System der Piktogramme für die Flughäfen in Österreich und Deutschland entwickelt von Kapitsky und Krampen und das ist jetzt hier das Deckblatt von den Richtlinien Piktogramme zur Orientierung auf Flughäfen ganz allgemein und das sind jetzt zwei der Piktogramme die aus diesem Riegelwerk stammen und ist jetzt vielleicht auch ein bisschen gemein die zu nehmen aber ich fand schon dass man da auch sieht aus welcher Zeit die stammen also das Piktogramm einfach auch Moden unterworfen sind und Moden wie jetzt Pudel oder ja Hunderassen aber auch so Gewohnheiten der Menschen widerspiegeln also eine Flasche sieht man jetzt auch schon würde man jetzt ja man sieht sie manchmal in Verbindung auch mit mit dem gewickelten Baby aber doch das gewickelte Baby steht jetzt mehr im Vordergrund weil eine Flasche stillen ist einfach mehr angesagt und die Flasche ist einfach verdrängt worden und deshalb steht sie auch nicht mehr als Piktogramm für ein Babycare Ruhm und bei diesem Piktogramm ist das sicher nicht so der Fall also Koffer und Informations E-Bus das ist alles eigentlich vom Motiv her immer noch gleich aber dennoch sieht man auch auch da dass sich die Formen dass die Formen nicht mehr zeitgemäß sind und dass sich auch die Verkehrsmittel verändert haben also die ADV Piktogramme das waren dann nicht die einzigen 72 kam dann noch Ott Leicher mit der Serie für München die war ja auch als Standard gedacht für die Olympischen Spiele also vier Jahre später wurden sie auch noch eingesetzt aber im darauf folgenden Jahr waren sie dann vom Tisch also die Idee mit einem einheitlichen System für die ganze Welt zu operieren ist dann oder für also alles zu vereinheitlichen ist einfach auch an Grenzen gestoßen also jeder will auch jedes Land will dann auch für die Olympischen Spiele eine eigene Identität entwickeln und wir denken eigentlich dass es auch richtig ist so einen Ansatz zu verfolgen und nicht alles gleich zu machen ja 74 noch AIGA ISO alle in dem Dreh und zum Beispiel in Charles de Gaulle bedienen die sich jetzt aus diesen ganzen standardisierten Familien sozusagen aus dem ganzen Laden bedienen die sich und setzen das so neu zusammen oder hier zum Beispiel nehmen sie das Auto von AIGA aber machen dem größere Scheinwerfer also so leichte Modifikationen sind dann drin oder hier das haben sie gedacht nee also das ist nicht der Tigeveux sondern da da müssen wir was ändern so das ist und das Transferpiktogramm ist natürlich ein Thema Transfer an Flughäfen das erst auch viel später nachdem diese ganzen Piktogrammfamilien entstanden sind wichtig geworden ist vorher gab es das nicht dass man da umsteigt großartig und deshalb ist das kein Motiv was vorher überhaupt schon aufgetaucht ist und wenn man sich auch nur die Flugzeuge anschaut da sieht man da sieht man auch schon dass das eben auch so Typen sind dass auch nicht alle gleich sind und das hören wir auch ganz oft wieso müsste denn was Neues entwickeln es gibt doch da die Familie und so und dann versuchen wir auch jetzt auch unabhängig vom Flughafen andere Projekte die Leute davon zu überzeugen ja aber ihr habt dann gar nicht das und das Motiv und es gibt keine Familie die eigentlich alles abdeckt und macht doch einfach auch was was Neues was für euch maßgeschneidert ist und was zu euch passt ja München eher noch früh Concord Zeit also ein sehr schlankes Flugzeug und die Köpfe an den Flughäfen sehen meistens so aus rund und unsere Idee war es die Köpfe am Berliner Flughafen wie ein O zu gestalten und so auch Schrift und Piktogramm Familie eng miteinander zu verweben das waren einige der Ideen die wir in die Piktogramm Familie eingebracht haben und die Familie wurde dann im Rahmen des Corporate Designs von Schindler Perron nochmal überarbeitet aber zum Beispiel diese Idee entstand ganz früh mittlerweile gestalten wir auch die Piktogramm Familie weiter haben sie ausgebaut hier ein Sammelplatz Piktogramme mit dem typischen Kopf der ja und Piktogramme sehen auch in den Ländern ganz unterschiedlich aus zum Beispiel in London das kennt jeder das kennen nicht so viele ich war auch noch nicht in Indien aber das ist ein indisches Taxi und die haben dann dieses Taxameter immer auf der Seite also das fließt alles in die Gestaltung ein und schafft auch Identität und die ja jetzt sind wir so zwei Jahrzehnte später jetzt sind alle Flughäfen blau die Architektur hat sich geändert Glas Stahl und auch der Geschmack hat sich geändert und dann gibt es halt eine neue Welle ja und was vor allem auch interessant ist dass auch die Schriftkultur an der an den Flughäfen sehr sehr ja ein begrenztes Spektrum an Schriften hat will ich mal sagen das sind die die zehn größten ne die zehn Best World Airports es gibt immer so ein Ranking von Skytracks die ermitteln immer die besten Airports und das sind die zehn davon und die arbeiten eben entweder mit der Frutiger Seoul Singapur und Amsterdam ist eigentlich jetzt hier Paris gar nicht mehr dabei also die Frutiger wurde für Paris Charles de Gaulle entwickelt Paris scheint jetzt nicht mehr unter den Top Ten zu sein oder eben die Helvetica auch nicht unbedingt eine urchinesische Schrift vielleicht doch eher von Norman Foster vorgeschlagen als vielleicht auch eher so ein Kulturexport ja also eher Monokultur die Zürich hat seine Akzidenz grotesk und beziehen sich natürlich auch auf Schweizer Schriftentradition damit und der Flughafen hat sich eben für die Entwicklung eines Corporate Funds entschieden die ja 2008 haben wir für die Schilder mit einem Probefund gearbeitet der den man da oben sieht also hatte schon bestimmte Merkmale drin Ziffern waren uns natürlich wichtig weil an den Gates hat man die ganz groß oder auch das SZ und 2010 wurde dann auch im Rahmen des Corporate Designs von Schindler Baron beauftragt von Alexander Brandschik und Georg Seifer zu einem Corporate Fund ausgebaut und den sieht man hier unten also das SZ stammt von den Berliner Straßenschildern wir haben es auch in unserem Corporate Fund in der Monico drin gleicher Schriftgestalter ja und typografisch arbeiten wir auch sehr reduziert also wir benutzen nur zwei Schnitte einen fetten und einen leichten Schnitt und differenzieren die Sprachen eben über die doppelte Differenzierung Größe und und Schriftschnitt die Schrift wird auch auf den Monitoren verwendet aber da es ein Corporate Fund ist natürlich jetzt auch für alles für die Pläne für Rucksachen ja und im letzten Teil möchte ich jetzt zeigen wie wir auch mit dem Flughafen mit den Architekten oder mit unserem Team das Projekt entwickelt haben weil so viele Leute unter einen Hut zu kriegen ist ich will nicht sagen dass es nicht einfach war sondern es war einfach viel Kommunikation also manchmal ja dann schaut halt jeder Abteilung nur auf seinen Bereich seine Interessen und die Beschilderung hat in vielen Bereichen also fügt es fügt viele Bereiche zusammen oder betrifft viele Bereiche und daher hatten wir auch mit sehr vielen Leuten zu tun und die Benennung der Gate Bereiche war 2005 2006 auch ein Vorschlag von uns das sind jetzt die gebauten also hier sieht man das Terminal Dach und davor den Willy Brand Platz auf dem wir eben schon waren jetzt schaut man eigentlich so aufs Vorfeld runter also das sind die bereits gebauten Gate Bereiche und wir haben vorgeschlagen die so zu benennen weil hier der entscheidende Punkt ist wo sich die Wege trennen also der wichtigste Entscheidung Punkt und hätte man zum Beispiel jetzt diese untere Ebene komplett in A benannt hätte man immer an der Stelle sagen müssen A 1 bis 10 links und A 11 bis 20 rechts und so war es jetzt einfacher an der Stelle zu sagen A rechts und B links also das ist der Grund für die Systematik und die soll dann auch noch fortgeführt werden also nicht in den Untergrund sondern auf das Vorfeld wachsen sollen noch weitere Gate Bereiche kommen dann ja 2005 jetzt gehen wir so Zeit nochmal rückwärts durch 2005 Skizzen wo kommen die Informationen hin was ist ein guter Ort immer wieder Absprache mit den Architekten die haben uns auch nicht alles erlaubt und dann eben Positionierung der einzelnen Schildelemente man muss natürlich Leseabstände berücksichtigen und seit 2007 dann auch exakte Positionspläne die wir eben bis heute fortführen und erst ab 2009 konnten wir dann die Baustelle auch besichtigen und zum ersten Mal auch Entwürfe die Schilder im realen Raum sehen also was heißt jetzt real es ist schon auch schwer sich das dann vorzustellen aber man sieht zumindest eine größendimension hier in dem Pier hat dann auch immer was leicht skurriles aber so sieht so sah es zu der Zeit meistens im Büro aus also hunderttausend verschiedene Ausdrucke 2010 wirklich Feinarbeit an Zeilenabständen und das manifestierte sich dann in solchen Systematiken die wir dann erstellt haben also man überlegt natürlich nicht jedes Mal wieder neu welche Schriftgröße nehme ich jetzt sondern es gibt auch bestimmte Systeme und Größen die dann natürlich wiederkehrend sind ab 2010 dann immer mehr Begeisterung hier sieht man auch wieder das Dach noch nicht noch nicht regendicht aber und dann ein erster etwas umfangreicherer Musterweg sozusagen Pappschilder circa 100 Pappschilder die dann eben nicht im ganzen Gebäude natürlich sondern so bestimmte Wege vom Marktplatz bis zum Gate eben mal mit Pappe beschildert so sah das dann aus hier sieht man noch mal die Gegenüberstellung von den großen Buchstaben auf den also hier rechts das ist ein großer Aufsteller und die wiederkehrende Gate Bezeichnung dann am Gate selbst der nächste Winter und die Arbeit an den Prototypen zusammen mit den Architekten zusammen mit dem Flughafen und dem Hersteller also wirklich bis ins Detail alles durchgesprochen was verbessert werden kann und dann auch natürlich so Themen wie Barrierefreiheit und ein Stück Flughafen in einer Musterhalle es gibt eine Halle in der eben immer so einzelne Teile eine Toilette ein Gate Bereich aufgebaut werden immer wieder das Rot Feintune weil Rot ist ja nicht gleich Rot und gar nicht so einfach das über die verschiedenen Materialien und Typen auch gleich zu gestalten dann die Begeisterung über die ersten großen wirklich großen Schilder und auch immer wieder so die Stimmung einfangen auf der Baustelle Besprechung in den Baucontainern wenn man rauskam ging die Sonne unter ja also diese Begeisterung von diesem Wachsen was jedes Mal sichtbar war war natürlich immer da und 2012 dann Anfang des Jahres gab es einige Probebetriebe die durchgeführt wurden wobei es meistens gerade am Anfang um so Abläufe ging wie hier das Einchecken aber unter etwas schweren Bedingungen auch wurde das Leitsystem getestet also es war es gibt einige Stellen die wir dann auch im Nachhinein noch anders beschildert haben oder verbessern konnten die Arbeit an den Plänen war eigentlich anfänglich dazu da um die Mitarbeiter Schulung zu unterstützen zu zeigen wie bewege ich mich eigentlich in dem Gebäude und zwar jetzt nicht für Passagiere die nach den Schildern gehen können sondern auch Abkürzungen sozusagen und ja Pläne für ganz unterschiedliche Bereiche Shopping das ist der Marktplatz den Geschäften oder auch ganze Terminal Übersichten Ja und so sieht es zur Zeit jetzt aus und ja die Beschilderung steht und ist fertig aber offensichtlich gibt es noch andere Probleme deshalb sind die Schilder wieder eingepackt worden und also ja werden geschützt und wir hoffen eigentlich dass es dann bald auch ein großes Auspacken gibt im Moment ist er sozusagen auf Eis gelegt und wir hoffen aber dass das dann bald sich der Knoten löst und wir den Flughafen auch mal in Aktion sehen denn er wird ja auch ein wichtiger Teil für die Stadt sein und die Stadt auch nochmal wirklich nach außen erweitern gut also das war's von meiner Seite ja liebe Heike auf Eis gelegt ist ja nun fast schon ein grausamer Begriff weil wenn ich mir überlege wie dieser Winter war und wenn ich das jetzt fortsetze in das was so da mit dem Berliner Flughafen passiert ich habe da schon noch so die ein oder andere kleine Nachfrage das habe ich mir gedacht ich möchte es jetzt nicht übertreiben denn wir haben ja die Vereinbarung dass wir sagen wir gehen dann Suppe essen aber zwei drei Fragen sei mir noch erlaubt wenn sie auch noch eine haben hier auf der Bühne sei es natürlich auch erlaubt wobei den Hauptteil machen wir dann drüben ich gestehe dass natürlich diese Flughafenthematik unglaublich spannend ist weil es gibt so ein paar Dinge die sich Designer ja nun wirklich wünschen mal eine richtig tolle Zeitschrift machen das beste Logo aller Zeiten und ein Orientierungssystem was wirklich Wege weist so drei schöne Beispiele es gibt vielleicht auch den einen oder anderen Bereich aber wären so drei schöne Momente jetzt ist Berlin Brandenburg natürlich eine herausragende Aufgabenstellung und ich sage es ganz unumwunden ich finde es toll was ihr gemacht habt über das Rot kann man streiten ob es jetzt ein bisschen heller oder dunkler sein muss oder wie viele Striche da sind da können wir wunderbar da drüben dann drüber reden wie bei Kartoffelsuppe aber ich stelle mir irgendwie vor es muss schon ganz schön grausam sein und das ist so eine ganz persönliche Frage und wenn du nicht antworten willst ist auch okay aber es muss schon ganz schön grausam sein wenn man dann irgendwie plötzlich in einen Trubel von politischen und planerischen Katastrophen gerät und das was man gemacht hat irgendwie also in meiner Wahrnehmung das einzig Gute an diesem Flughafen noch ist das steht noch nicht auf dieser langen Mängelliste drauf auf jeden Fall jetzt ganz persönlich wie geht es euch damit was sind das für Begegnungen die ihr plötzlich habt mit Kunden die jetzt nicht der Berliner Vogelhafen sind was macht das mit euch darf ich das fragen ja ja doch ich finde das auch ganz schön dass du das fragst also erstmal das hatte ich ja vorhin schon erwähnt standen wir so ein bisschen unter Schock also man muss sich vorstellen wirklich so ein Endspurt und auch ein bisschen am Ende der Kräfte und dann haben wir das eigentlich schon so gesehen dass wir natürlich Zeit gewonnen haben auch noch was zu optimieren noch mal besser zu machen und da haben wir uns ein bisschen drauf gestürzt also eine kleine Ersatzhandlung ja aber ich muss schon zugeben dass das für einfach so noch ein ungeborenes Kind in gewisser Weise ist es ist fertig und es hat aber noch nicht die Feuerprobe bestanden sozusagen die Massen laufen noch nicht da durch die Millionen Passagiere und es ist einfach noch nicht richtig da würde ich sagen es ist noch immer so noch nicht wirklich präsent aber ich denke das wird sich noch ich habe auch schon ein bisschen Schiss davor wenn halt jeder den ich kenne der bestimmt irgendwann mal hinkommt sagt ach du übrigens da da habe ich das echt nicht gut gefunden und könnte nicht da noch mal also das ist so ein bisschen der die Angst die ich dann im Moment noch habe weil so viele Leute werden da sein und jeder zu schildern und den Weg nicht gefunden haben ich glaube das ist auch jedem schon mal passiert das wird auch passieren man ist da hektisch panisch und ja ich denke da wird noch viel kommen so viel Input von Bekannten von Freunden kommen und ich denke den müssen wir dann auch noch bewältigen weil ich glaube man muss sich auch nichts vormachen es ist auch nicht ganz abgeschlossen so ein System wird auch immer optimiert und da muss man dran weiter drehen also das ist auch ganz klar unser Ziel da weiter zu machen was ist ein bisschen wie eine Sucht Sucht ist ja sehr schön als Thema ich habe tatsächlich und vielleicht habe ich nicht gut genug zugehört aber sei mir trotzdem die Frage erlaubt ich habe nicht ganz verstanden warum es rot geworden ist also ich habe verstanden dass es anders ist als gelb oder blau selbstverständlich also das war ja einfach aber warum es jetzt gerade für Berlin rot geworden ist und tatsächlich war mir die Erklärung dass jetzt Berlin Brandenburg und Berlin in ihren Logos theoretisch rot sind tatsächlich aus meiner Sicht jetzt für einen Flughafen vielleicht einen kleinen Schritt zu kurz aber vielleicht gibt es da noch mehr Geschichte dahinter also das ist schon der der in gewisser Weise die Farbe ein Politikum und deshalb ist dieser gemeinsame Nenner von Berlin und Brandenburg wichtig gewesen und die haben sich da beide drin gesehen aber die Entscheidung oder dieses Rot aufzugreifen das war nicht allein unsere Entscheidung auch die Architekten also GMP und JSK haben in ihrem Materialkonzept dieses Rot ganz früh auch schon als Zusatzfarbe sondern als Akzentfarbe drin gehabt und zwar nicht in Material da haben sie Holz das dunkle Stahl Rot war immer als gedacht als extra als Akzentfarbe drin auch bei den Architekten im Farbkonzept finde ich sehr spannend weil im Zweifelsfall könnte man jetzt einmal mehr sagen Rot ist halt die Farbe derjenigen die es nicht schaffen also politisch gesehen an solchen Stellen weil beide ja irgendwie rot sind aber das möchte ich jetzt gar nicht weiter treiben weil ich möchte keine politische Diskussion treiben gäbe es jetzt noch eine Frage hier oder machen wir das dann alles drüben eine Frage was heißt weiter optimieren dieser die schilder sind fertiges system ist da was optimiert ihr also das sind eigentlich hauptsächlich die die positionen im raum so also man muss sich vorstellen wir haben wirklich geplant auf dem auf dem Blatt und es ist dann einfach wenn man sich im Raum bewegt dann gibt es noch Unterzüge die tiefer sind als die Schilder die Deckenschilder die da hinten hängen also es sind eher viele so Positionen im Raum ja menschliche ja und ansonsten Optimierung was was fällt also sind auch ja es werden auch die Wege sich ändern im Flughafen also auch die Funktionalitäten sind denke ich mal werden sich ändern in dem Flughafen ich habe mal darf ich das gleich kurz aufgreifen ich habe mal irgendein Interview mit einem dieser großen Flughafenbosse gelesen und da stand drin wenn ein Flughafen nicht baut ist er bereits tot und von daher ist ja Optimierung ja auch unter dem Aspekt zu sehen dass es Flughafen das System von kontinuierlicher Prosperität ist wirtschaftlicher Entwicklung und herausragender Zukunft unter diesem Aspekt würde ich sagen könnten wir das jetzt für jetzt gerade beenden ich würde mir wünschen dass wir noch die ein oder andere Kartoffelsuppe miteinander essen das ein oder andere Glas Wein miteinander essen hier drüben und wer jetzt nach Hause gehen will der sehr herzlich verabschiedet und vielen Dank dass Sie heute Abend da waren danke Heike Nehm danke auch Aplausio 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 Vielen Dank.